Wenn die Fotos gemacht sind und es an die digitale Verarbeitung geht, sollten wir uns auch mal mit den Systemanforderungen beschäftigen. Gleich vorweg gesagt, man braucht keinen High-End-Rechner. Ich nutze für schnelle Berechnungen auch gern mal mein MacBook Pro. Das soll heißen, Ihr normaler Computer, den Sie gerade benutzen, wird die Aufgabenstellung meist bewältigen können, zumindest bis zu einer gewissen Grenze. Wenn man aber größere Daten wie bei Landschaften oder eine Vielzahl an Objekten verarbeiten möchte, es also um Wartezeit geht, sollte man schon mehr auf Leistung achten. Ein 3D-Artist ist dafür meist ohnehin gut gerüstet. Unsere X-Station ist hierbei speziell für Ergisoft Metashape konfiguriert und getestet. Unsere Benchmark-Tests zielen dabei auf den kompletten Ablauf bei einer Berechnung ab. Dabei kam heraus, dass es einen großen Geschwindigkeitsvorteil bringt, CUDA-fähige Grafikkarten für GPU-Berechnungen zu benutzen. Wir haben in unserem System gleich zwei wassergekühlte NVIDIA GTX 1080 Grafikkarten verbaut. Die Anzahl der CPU-Kerne ist tatsächlich in den meisten Fällen wichtiger als der potente Arbeitsspeicher. In unserem Fall arbeiten wir mit einem Intel 9 mit 10 Kernen. Beim Arbeitsspeicher sind 32 bis 64 GB für die meisten Fälle ausreichend. Unsere X-Station hat 64 GB. Und bei der Festplatte ist keine Grenze gesetzt. Wir nutzen immer zwei Platten, eine kleinere, aber schnellere SSD für die Systemdaten und Programme und zwei sehr große 4 TB Platten im RAID-Verbund für all die Daten, die entstehen. Pro Projekt kann mit allen Fotos und Arbeitsschritten schon ein oder mehr GB Speicherplatz fällig werden. Je nachdem, ob Sie die Daten auf einem zentralen Server oder lokal speichern, sollten Sie hier großzügig sein. Sie sollten Ihre Hardware, sowohl Kamera, Zubehör als auch Computer, immer danach ausrichten, was Sie tun wollen.